Hallo Ehrenbruder Finn und Kumpel Moritz, seid vergrüßt bei dieser Rückwärts-Sprechschulung. Ihr seid heute der Mittelpunkt dieses Videos, verfreut euch jetzt. Oh, das war aber schön, voll emotional. Ehrenbruder Finn, rückwärtsgesprochen von Oddu meistens lieb, rock'n'roll. Out of the brain, not reading from the paper, yeah. Das war der eine Teil, jetzt kommt Kumpel Moritz, rückwärts, Stirooom Lübmuck, zwei lustige Verwortungen, out of the brain, not reading from the paper, yeah rock and roll, I like it so much, nice to meet you again here at this channel, yeah. Thank you.